Musik Bereits seit über 30 Jahren beschäftigen sich findige Unternehmer mit dem Thema Photovoltaik. Der Gedanke, wie kann ich die Umwelt in diesem Fall mit Sonnenenergie entlasten, ist nicht, wie manche meinen, eine absolute Neuerfindung. Seit vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich, treibt das E-Werk Neumarkt den konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energieträger voran und leistet damit eben einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Beim E-Werk Neumarkt in der Obersteiermark ist man drauf und dran, den Energiespender Sonne mit Photovoltaik dementsprechend zu positionieren. Wir haben gerade erst im Sommer unsere dritte Photovoltaik-Großanlage mit rund 170 Kilowatt Peak in Betrieb genommen. Wir betreiben jetzt drei eigene große Solarkraftwerke mit rund 500 Kilowatt Peak an installierter Leistung und rund einer halben Million erzeugter Kilowattstunden. Mit Photovoltaikanlagen werden die Haushalte, Schulen und Betriebe in Neumarkt mit grüner Energie bestens versorgt. E-Werk Neumarkt versteht sich als zukunftsorientierter Energiedienstleister mit regionaler Verantwortung. Energieeffizienz hat für uns ebenfalls einen sehr hohen Stellenwert. Wir haben öffentliche Gebäude, Schulen und Kindergärten mit kleinen Photovoltaikanlagen ausgerüstet hier in der Gemeinde, um eben den Eigenverbrauch zu optimieren und so einen Beitrag zur Energieeffizienz zu leisten. Und wir als hier regionaler Energiedienstleister verstehen uns als Partner der Region und seiner Menschen. Der nachhaltige und sanfte Ausbau von grüner Energie, welche uns die Natur anbietet, in diesem Fall mit Sonnenenergie und Photovoltaik, gilt es auch in Zukunft dementsprechend zu nutzen. Das ist auch ein Auftrag, wo das Unternehmen E-Werk Neumarkt intensiv arbeitet. Da halten wir sogar sehr intensiv, weil der Ausbau ist die eine Seite der Erzeugungsanlagen, aber im gleichen Ausmaß müssen wir auch unser Netz weiterentwickeln, damit diese erzeugte Energie auch zu den Verbrauchern transportiert werden kann. Wir haben uns auch dazu bereit erklärt, dass wir unsere Gemeindeobjekte, insbesondere das Schulgebäude, die neue Mittelschule mit einer Photovoltaik bestücken und natürlich auch so wieder zur alternativen Energieerzeugung beitragen. Und das ist mit unserem hauseigenen E-Werk gut gelungen. E-Werk Neumarkt, ein Energieversorgungsunternehmen mit regionaler Verantwortung. E-Werk Neumarkt, ein Energieversorgungsunternehmen mit regionaler Verantwortung.